Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute. Heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Wie versprochen präsentieren wir heute euch den RAETE CisAlpin von Märklin. Der hatte den Laufweg von Milano über Valorp und Simplon Pass nach Paris. Ein Klassiker, das ist übrigens der 1053, wer es wissen möchte. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Oh. 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 1 4 5 5 6 7 9 9 Zum TIE nach Amstram, bitte einsteigen. Zum TIE nach Amstram, bitte einsteigen. Zum TIE nach Amstram. 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 Vielen Dank. 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 Und abonniert, das wäre fein. Ciao.